Ärgerlich, aber da müssen auch die Menschen durch. Boah, geht der hier auf ins Hirn, ne? Okay, das wäre geschafft. Ham! Na, jetzt ist aber gut. Oh, shit. Ach, shit. Fuck, 6 HP nur noch. I can't teleport yet. Try again. Bad news, Pupuheads. I'm back. 125 HP, okay. Okay. Autsch. 32. Uh. So, er ist erstmal hinüber. Braken tun wir jetzt auch. Boah, wieso machen die denn so viel Damage? 3 HP. 3 HP. Just kidding, you can have it. Und down. Mann, ist das schon... Der Kämpfen ist echt am schlimm. So, jetzt müssen wir wieder gucken wir kennen. Well, where is it? Where is what? You're a big stupid question. Oh, you mean, where are we now? There it is. We're near Magneto's old Citadel. Sinister's hold up here somewhere. What a deadbeat. He's such a squatter. Let's hope it's a cop. Ach man, ey. Ärgerlich. Eh, I was bored anyway. Wo bin ich hier? Ah! Lass mal den hier wegmachen. Lass mal den hier wegmachen, was wir hier so für Verbesserungen haben. Verdoppelt die Häufigkeit kritischer Treffer. Eine höhere Menge an kritischen Treffer kann ich nicht. Wurfwaffen um zwei. Wo ist denn da, ist einer? Oh! Oh! Wo ist denn da, ist einer? Wo ist denn da? Ups. Einmal bitte teleporten. Einmal... Einmal bitte schon kräftig den Schwung holen. Als nächstes gehen wir da hin. Das ist auch relativ egal, was hier jetzt die Tussi macht. Die haben wir gut in den Griff bekommen. Er. Bullets! How convenient. so 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 Klappnerung los wo ist denn jetzt noch einer der schießt? da war doch gerade eben noch einer, oder? da oben hier muss man schon ein bisschen aufpassen, was man drückt Aua einmal alle und einmal weg ipsy long na nein ach kacke da hätte ich das Momentum besser auf naa egal ich denke mal die Pumpkin ist gegen die effektiv wenn man mal seinen Kopf schießt h ouch 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... heißt das nicht Wir werden unsere Hübsche verletzen. Roll für Melee, dammit! Wenn du nicht benutzt hast, ich swear... Ouch! Hammer time! Du hast vielleicht verletzten sie, aber du wirst niemals überleben! D.P.L. 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 Achtung! Das ist ein Major League Talent da! Wo ist er? Na, was kommt jetzt? Kommt jetzt noch was, oder soll ich hier unten? Nein, ich gehe noch mal andukken. Nooo! Ah, das ist ein 2.0, das ist ein 2.0, das ist ein 3.0, das ist ein 3.0. Und hab ich den weg. Oh, das war gut getroffen. Oh, den haben wir auch gut getroffen, da sind die schon mal weg. Runter, runter, runter. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Ja, das war gut. Oh, die Stählern Genossen sind ganz schön hart. Autsch! Na komm, lad auf deine HP! Puh, wie nervig ist das denn, bitteschön, hier jetzt. Nein! Boah, das ist ja nur noch Stress hier jetzt, also zu viel ist auch ätzend. Da muss ich echt viel mehr mit... Nein, jetzt nicht das erst, den noch mal. Kurzes Kassenspiel. Eieiei, langsam regt's mich ein bisschen auf, langsam kommt die Agro! Oh! Oh, shit! He's throwing the tummies at me again! I love the tummies! This will not end well! Oh! 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 I love so much both! Oh! 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 Uhhh! Oh! 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 ouch nicht nein